Kompromissloses Motorradfahren. Das schnellste Projekt, an dem die DB Matic bis jetzt beteiligt war. Rott Motorcycles hat sich spezialisiert auf Elektrofahrzeuge, zum Beispiel Quads oder Motorräder. Ein Elektroantrieb im Motorrad ist kein Kompromiss der Umwelt zuliebe, sondern mehr Leistung, mehr Beschleunigung, mehr Fahrspaß. Das Bike verfügt über einen wassergekühlten Elektroantrieb für durchgehende Power ohne Leistungsabfall, High-End-Komponenten in Brems- und Fahrwerkstechnologie und eine exklusive Teilemanufaktur und Endfertigung in Deutschland. Die Kombination von Elektromotorrad und Stromspeicher bietet höchste Effizienz für eine Zukunft mit mehr Power und Leidenschaft für kompromissloses Motorradfahren ohne schlechtes Gewissen.